Servus liebe Trader, immer wieder sorgt die Investmentlegende Warren Buffett mit seinen Transaktionen für neue Aufmerksamkeit bei den Anlegern. Jetzt gerade kam wieder die Nachricht, dass bei Occidental Petroleum zugekauft wurde. Der steigende Ölpreis ist hier ein treibender Faktor. Wie wäre es aber, wenn wir schon früh bei solchen Aktien dabei sind und auf Aktien aufmerksam werden, die auch Warren Buffett gefallen würden? Dieser Frage hat sich der Hedgefonds AQR Capital Management bereits gewidmet. Wir stellen euch über Aktien Rankings, unser führendes Screener Tool, ein vorgefertigtes Template zur Verfügung, um eben genau solche Aktien zu identifizieren, die solche Gemeinsamkeiten aufweisen, also Aktien, die Buffett bereits gekauft hat und jetzt am Markt auch einen guten Eindruck machen. Ihr braucht hier nur das Morningstar Datenpaket, um das Tool nutzen zu können. Ich logge mich hier jetzt mal ein und bei Aktien Rankings können wir hier über die Schaltfläche Templates unter anderem auch die Anlagestrategie Buffetts Alpha finden. Hier ist alles nochmal ausführlich erklärt. AQR Capital, wo kommt der Hedgefonds her, wie ist er entstanden, welche Mitarbeiter haben sich eben genau mit dieser Frage, wie gerade angesprochen, beschäftigt. Und gerade auch jetzt, Warren Buffett ist ja auch bekannt dafür, kaufe dann, wenn die Kanonen donnern, gerade wenn Angst und Panik sich breitmacht an den Märkten, was wir ja jetzt langsam auch beobachten können. Viele Werte stark zurückgekommen, attraktive Bewertungsniveaus wieder vorhanden. Dann schlägt er zu und da wurde eben jetzt unter die Lupe genommen, welche gemeinsamen Eigenschaften gibt es denn mit Aktien am Markt, die Buffett auch schon gekauft hat. Und einige Faktoren, die da zum Beispiel eine Rolle spielen, Quality minus Junk zum Beispiel, vereinfacht ausgedrückt, wir sprechen ja immer von den Qualitätsaktien. Das heißt, kaufe qualitativ hochwertige Aktien bezogen auf Rentabilität, Wachstum, Dividendenausschüttung etc. Betting against Beta, hier geht man vor allem davon aus, dass Aktien mit einem hohen Beta-Faktor, also die sich mit dem Gesamtmarkt noch überproportional stärker nach oben oder nach unten mitbewegen, überbewertet sind. Deswegen lieber in Low-Beta-Stocks investieren. Die gleichen sich nämlich ohnehin meistens dann auch an die High-Beta-Stocks wieder an den restlichen Markt. Deswegen bietet Low-Beta diese Annahme zufolge auch mehr Sicherheit. Small minus Big, da geht es darum, Aktien mit einer niedrigen Marktkapitalisierung können meist auch gegenüber den großen Aktien eine Outperformance erzielen. Berkshire Hathaway setzt mittlerweile eher auf größere Unternehmen. Value-Faktor natürlich auch ganz klar, Low Book to Market, also Aktien mit einem hohen Buchwert werden bevorzugt, die dann im Vergleich zum Marktwert auch günstig erscheinen. Und relativ beeindruckend ist auch die Rendite, die der Hedgefonds mit dieser Strategie bereits erzielen konnte. Alle drei Monate wurde eben nach den bestplatzierten Aktien im Ranking automatisiert angepasst und investiert. 13,84% pro Jahr konnte man so an Rendite erzielen und auch der maximale Drawdown, gerade in diesen Marktphasen vielleicht auch interessant, lag eben zur Finanzkrise bei 31,48% und damit auch 24% niedriger nochmal als beim S&P 500 Index. Jetzt klicke ich einfach mal auf Template laden. Wie gesagt, ihr habt bei dieser Beschreibung auch den Link drinnen, wo die Strategie nochmal ganz genau erklärt wird. Die einzelnen Punkte gehen wir hier jetzt auch nicht durch. So werden die Kriterien eben automatisiert für euch befüllt. Und unten müsst ihr dann nur noch auf Scannen klicken und unter den 1000 Volumen stärksten US-Aktien werden jetzt eben anhand der oben eingegebenen Ranglistenfaktoren nach der jeweiligen Gewichtung auch, die hier aufscheint, eine Rangliste erstellt. Das heißt, umso weiter oben die Aktie aufscheint, wie eine Sanderson Farms auf Rang 1 aktuell im absoluten Bullenmodus, desto besser ist die Aktie auch, wenn man all diese Gesamtfaktoren berücksichtigt. Sanderson Farms läuft zum Beispiel schon die letzten Wochen komplett entgegen dem Gesamtmarkt nach oben. Was ist da der Grund dafür? Sanderson Farms, muss man wissen, ist der drittgrößte Geflügelproduzent in den Vereinigten Staaten und schafft es relativ geschickt, mit Preissteigerungen die Inflation auszugleichen. Also man kann diese Effekte an die Kunden weiterreichen und zeigt ebenso auch, dass man relativ gut als Qualitätsaktie auch von diesen Inflationseffekten geschützt ist. Wenn man sich die Aktie genauer auch ansehen will, kann man hier einfach auf die Ease in der Aktie draufklicken, kommt zum Beispiel dann auch zu den Visualizations. Dort gibt es ja zum Beispiel auch unseren Qualitätscheck und auch da sehen wir zum Beispiel, dass die Aktie insgesamt mit 12 von 15 möglichen Punkten überzeugen kann, vor allem auch bei der Bewertung, Sicherheit, Bilanz sieht es hier aktuell ganz gut aus. Weiterer spannender Kandidat, der vielleicht auch für Trader ganz interessant sein könnte und hier auftaucht, ist eine Vertex Pharmaceuticals, die haben wir gerade in unseren Live-Trading-Sektionen auch genauer angesehen. Da nähert sich die Aktie jetzt wieder dem Allzeithoch. Vertex ist ja ein führender Anbieter oder eigentlich der Marktführer für zystische Fibrose, Medikamente für die Behandlung dieser chronischen Stoffwechselerkrankung. In den USA, Europa, Australien, Kanada, das sind etwa 83.000 Patienten als Zielgruppe vorhanden. 23.000 davon werden aktuell noch nicht behandelt, das bietet auch Potenzial nach oben und die Aktie ist jetzt zuletzt auch angesprungen, nicht nur weil die Quartalszahlen über den Erwartungen gelegen haben, sondern vor allem weil es bei AppV, einem Konkurrenten, der eben auch gerade ein Konkurrenzprodukt entwickelt, Probleme gegeben hat bei der Phase-2-Studie und deswegen kann Vertex mehr oder weniger, geht man jetzt davon aus, den Markt in Ruhe noch weiter erobern. Erst Anfang 2023 dürfte AppV einen neuen Versuch mit der klinischen Studie starten und auch bei Diabetes Typ 1 hat man zum Beispiel Erfolge erzielt, wo es darum geht, mit einer Stammzelltherapie auch wieder die Fähigkeit von Patienten herzustellen, selbst Insulin zu produzieren. Das ist ja genau das Problem bei Typ 1 Diabetikern, dass das nicht mehr funktioniert und auch mit CRISPR Therapeutics laufen zum Beispiel spannende Kooperationen zur Behandlung von zwei Blutkrankheiten. Also auch das ganz interessant, charttechnisch und eben auch nach Buffetts Alpha. Hier schneidet die Aktie ganz gut ab. Ihr habt hier oben auch einen Balken, wo ihr auf die Seite fahren könnt und dann zum Beispiel auch den Gesamtscore nochmal seht. Sonst wie gesagt die einzelnen Punkte ganz genau aufgeschlüsselt. Jeweiliger Score ganz rechts dann eben der Gesamtscore, nachdem das Ranking dann auch erfolgt. Ihr könnt euch hier einfach durchklicken, könnt ihr euch hier Inspirationen holen. Natürlich ist Berkshire Hathaway auch ganz oben mit dabei, keine Frage. Das passt somit auch ganz gut. Und alles was ihr für dieses Screening benötigt, wie gesagt das Morningstar Datenpaket, einfach auf rankings.traderfox.com schauen. 19 Euro im Monat kostet es aktuell. Ihr habt hier einen sehr großen Umfang und ein Anleitungsvideo zum Produktumfang gibt es nochmal in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Screenen und dann natürlich auch viel Erfolg mit euren Investments. Ich wünsche euch viel Spaß bei euch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.